hallo herzlich willkommen zu einer neuen runde star stable end es gibt neue informationen für euch denn es sind wieder einige server offen die schon eine ganze weile zu waren und dafür ist quasi jeder server zu der vor kurzem noch offen war und was für server sind gerade so offen ihr seht es hier schon im hintergrund server 1 2 3 also großteil der vorderen server ist offen 4 ist leider nicht dabei dann haben wir noch 6 7 8 9 dann haben wir wieder ein paar die nicht offen sind und dann haben wir noch die neusten so also raindrop farm und rainbow galaxy also wir haben jetzt derzeit nicht mehr 4 wie wir es davor hatten sondern wir haben jetzt glorious 10 server die geöffnet sind und das ist schon mal zumindest jetzt mal ein fortschritt aber wir denken wir hatten davor nur vier jetzt ist zumindest schon mal 10 das heißt wir haben wieder so ein bisschen mehr die möglichkeit uns zu verteilen für mich ist auch natürlich eine geilere möglichkeit wieder mal zurück zu gehen in die heimat auf server eins und dazu auch noch mal wieder so ein paar andere leute zu besuchen weil das war teilweise schon wirklich unangenehm wenn man wirklich nur noch so zwischen den vier server switchen konnte die sind dadurch auch noch richtig voll gewesen man hat immer wieder gemerkt wenn man in meinem update auf einen der server gegangen ist die die eben von den offenen servern war dann war es teilweise überhaupt nicht spielbar wie sind in eurer erfahrungen her wie war es bei euch so wie ist es jetzt freut ihr euch darüber freut ihr euch den server wechseln zu können werdet ihr euren server wechseln oder sagt ihr okay ich bleibe lieber jetzt erstmal auf den servern damit sich das ganze wieder ein bisschen mehr beruhigt damit wir wieder ein bisschen vielleicht weniger leute auf diesen aktuellen servern haben ich werde safe wechseln das aber auch daran liegt dass ich hat für die streams die server immer wechseln und mit euch spielen zu können aber eure meinung dazu in die kommentare wie seht ihr das ganze findet ihr es gut und werdet ihr wechseln und dann bis zum nächsten mal